Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hi. Michael, wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre alt. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 13.01.89 Geburtstag. Wo wurdest du geboren? In Göttingen. Wie groß bist du? Ich bin 1,85 groß. Wie viel wiegst du? Circa 80 Kilo, mal mehr, mal weniger. Welche Schulgröße hast du? 44,5. Hattest du als Kind einen Traumberuf? Ja, und den mache ich jetzt. Es war schon immer mein Traum, Fußballprofi zu werden. Ich habe es geschafft. In welchem Alter hast du angefangen, im Verein Fußball zu spielen? Ich glaube, das erste Mal mit 4,5. Dann habe ich noch mal eine kurze Pause gemacht, weil die anderen alle zu groß und zu schnell waren. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich so circa ein Dreivierteljahr später noch mal angefangen. Also richtig dann so mit 5,5 ungefähr. Wie hieß dein erster Fußballverein? SSV Vosselde. Das ist ein kleiner Dorfverein in Wolfsburg. Hattest du als Kind einen Lieblingsverein? Ja, es war Borussia Dortmund. Hattest du als Kind einen Lieblingsspieler? Ja, es gab mehrere. Angefangen hat es mal mit Matthäus, dann war es Möller. So die ganzen berühmten zu der Zeit. Hast du aktuell ein Vorbild? Nein, habe ich nicht. Wer ist für dich der beste Fußballspieler der Welt? Lionel Messi. Seit wann spielst du für den FCK? Seit einer Saison jetzt. Das ist meine zweite. Welcher Trainer hat dich zum FCK geholt? Unser derzeitiger Kostarunjajic. Auf welcher Position spielst du? Ich bin Rechtsverteidiger. Bist oder warst du einmal Nationalspieler? Wenn ja, von welcher Nationalmannschaft? Ja, ich habe zwei UNO-Nationalspiele gemacht für Deutschland. Wie viele Tore hast du als Profi geschossen? Wie viele davon für den FCK? Als Profi erst zwei Tore und davon noch keins für den FCK. Leider. Welche schweren Verletzungen hattest du bisher? Ich habe mir meine Mittelhand gebrochen und musste zweimal operiert werden. Wie gefällt es dir beim FCK und in Kaiserslautern? Hervorragend. Die Fans sind super. Ein schönes Stadion. Ihr seid klasse. Mir geht es gut. Hast du einen Lieblingsplatz oder Ort in Kaiserslautern? Ja, die Sauna hier im Stadion und mein Sofa zu Hause. Was für Hobbys hast du? Ich habe zur Zeit ein großes Hobby und das ist meine Tochter. Die ist ein halbes Jahr alt und die hält mich gut auf Trab. Ansonsten fahre ich ab und zu Fahrrad, spiele Playstation, lese. Playstation, spiele ich auch. Ja, das war's. Was ist deine Lieblingsspeise? Was ist dein Lieblingsgetränk? Oh, Lieblingsspeise, das darf ich nicht so laut sagen. Das sind Burger mit Pommes und einer Cola dazu. Hast du ein Haustier? Wenn ja, welches und wie heißt es? Ne, ich habe kein Haustier. Schaust du lieber Filme oder liest du lieber Bücher? Ah, lieber Filme. Hast du ein Lieblingsfilm, ein Lieblingsbuch? Ein Lieblingsfilm an jedem verdammten Sonntag ist ein Film, da geht es um Football spielen. Welche Musik hörst du gern? Boah, querbeet. Alles, was so in den Charts läuft und was mir gefällt. Also habe ich keine Stilrichtung. Was gefällt? Spielst du ein Musikinstrument? Nein, leider nicht. Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub? An den Strand. Wie warst du in der Schule? Relativ gut, ich habe mein Abi mit 2.0 gemacht, also könnt ihr euch ranhalten. Hattest du in der Schule ein Lieblingsfach? Ja, Sport. Bist du verheiratet? Ja. Beziehungsweise hast du Kinder? Jawohl, bin ich und habe eine Tochter. Wo warst du, als der FCK 1998 Deutscher Meister geworden ist? Ich glaube, ich war im Wohnzimmer meiner Eltern vorm Fernseher. Wie lautet dein Tipp für das heutige Spiel? 2-1 für uns, ist doch klar. Vervollständige den Satz, wir gewinnen heute, weil... Wir besser sind als der Gegner. Michael, vielen Dank und dir alles Gute. Danke dir. Danke fürs Nachdenken. , danke. Danke. Tschüss. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR